2. Rühmt 3. Hübsch 4. 15. 12. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, heute ist hier YTV in Schlüchtern vor der Metzgerei Ludwig und das ist heute eine ganz besondere Serie, weil wir heute ein kleines exklusives Konzert in der Metzgerei spielen. Sowas hat Schlüchtern noch nicht gesehen und ich bin gespannt, was da aus wird. Schaut einfach mal rein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020